Post-coitale Depression, ich geh jetzt und schlaf. So, wir sitzen hier mit einem der weiteren Top-Acts auf dem Dockville. Wir sind gerade auf dem Dockville. Möchtet ihr euch mal Top-Acts, ich wollte eigentlich Top-Acts sagen. Tut mir leid für alles, was ich stattdessen gesagt habe. Möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Kaaas. Hi, ich bin Mekes. Mein Name ist Bartek. Ich bin Tua. Von den Ossens. Nix nie hin, das normal zu sagen. Als würdest du das einfach jetzt wollen? Ah, ich bin Kaaas. Hallo. Ich schließe nicht hin. Ich muss immer Kaaas sagen. Entschuldigung. Ist schon okay, ist kein Problem. Überall nur Feine, überall verliebt. Trotzdem bin ich alleine, überall verliebt. Überall nur Brüste, wenn das meine Freundin wüsste. Okay, so, ich habe gehört, wir machen ein Interview. Ihr dürft auch gerne weiter singen, da habe ich auch kein Problem mit. Also... Wir sind sechs Minuten weg, haben zwei Lieder gemacht? Ja. Habt ihr noch irgendwas vor heute oder können wir noch eine Weile hier sitzen? Ich hoffe, ihr habt es nicht eilig. Ne, wir müssen auch eine Show spielen irgendwann. Achso, später. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir müssen den Zeltplatzkönig heute finden. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Erzähl mal, was der Zeltplatzkönig ist. Aber wir gehen immer auf die Zeltplätze, immer, in Landführungszeichen, auf die Zeltplätze und suchen den Zeltplatzkönig, weil einer hat einfach die Zeltplatzkönig-Aura und nach der suchen wir. Das haben wir hier noch nicht gemacht. Ja, aber Zeit. Ähm, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen über unangenehmere Themen sprechen, so... Umweltschutz. Wir sind nämlich... Also wir sind von der Sounds for Nature und wir touren gerade durch Deutschland und gehen auf Festivals und gucken, was die für Umweltschutz tun und dann reden wir natürlich auch gerne mit den Künstlern über das gleiche Thema und da wollte ich mal fragen, was macht ihr denn so privat in eurem Leben, um so ein bisschen die Umwelt zu schützen, um ein bisschen nachhaltiger zu leben? Frag mal Meckel. Ähm, ich trenne den Müll, ja, Nummer eins, äh, ich habe kein Auto. Also? Ich glaube, da hört es auch schon auf. So ein richtiger Gutmensch bin ich auch nicht. Hast du ein Fahrrad? Ich schaue, dass ich nicht zu viel Vollmüll, ich glaube so, ich achte so ein bisschen darauf, sonst viel mehr und nicht ganz normal. Hast du ein Fahrrad, Festfahrrad? Ne, ich habe kein Fahrrad. Wie, also dann öffentlich Verkehrsmittel oder was? Bus und U-Bahn. Das ist vorbildlich. Und der Rest von euch so? Äh, ich werfe meine Kohledosen neuerdings nicht mehr ins Gebüsch, sondern zumindest in die Nähe von einem Mülleimer. Was? In die Nähe vom Gebüsch. Was man sieht, dass es irgendjemand aufheben kann. Das macht ja auch wirklich, das ist die Wahrheit. Ey, ich mache viel zu wenig. Also ich würde, ich bin so in meinem Herzen, bin ich voll dabei beim Umweltschutz, aber irgendwie fehlt mir die Disziplin da irgendetwas zu machen. Und ich hasse mich auch selbst dafür, wirklich selbst hasse. Ich versuche immer so bessere Verpackungen zu kaufen und so, aber ich mache das einmal und dann kaufe ich wieder beim Aldi irgendeinen Scheiß. Ähm, macht ihr denn als Band irgendwas in der Richtung? Also viele Bands machen zum Beispiel, äh, sorry. Ja. Ja, Vegetarier. Das ist doch super. Das ist doch super nachhaltig. Aber schützt das die Umwelt? Ja, ein bisschen schon. Ja, auf jeden Fall. Aber da gehen doch die ganzen Pflanzen kaputt, die wir brauchen, um... Sojaherstellung, also Tofuherstellung ist auch strittig. Das ist natürlich, ähm, so eine Sache. Generell kann man natürlich sagen, wenn man darauf verzichtet, unendlich viele Tiere, äh, abzuschlachten und Massentierhaltung zu unterstützen, ähm, dann schützt man damit auch automatisch die Umwelt. Denn, äh, das zieht ein, äh, ökologisches Chaos nach sich, abgesehen vom moralischen Chaos, das da stattfindet. Ähm, ansonsten ich, was mich betrifft, ich mache das auch wie Meckis. Also ich zum Beispiel so ganz banale Sachen, ähm, beim Händewaschen, drauf zu achten, dass man halt nicht das Wasser laufen lässt, während man irgendwie sich die Hände einsatzt. Also, nichts Heldenhaftes, sondern nur so versuchen, äh, sich dessen bewusst zu sein, dass man im Alltag auch zu Kleinigkeiten einfach machen kann. Das mache ich auf jeden Fall. Und auch meine, äh, mit mir lebenden, geliebten Menschen machen das auch. Ich mache jetzt seit neuestem, äh, den Wasserhahn, äh, zu, wenn ich mir die Hände nicht wasche. Das ist großartig. Hab ich lange nicht gemacht. Das ist großartig. Danke dafür. Kommt mir nochmal auf die Frage zurück, ob ihr, ähm, als Band irgendwas macht? Also so Viva Con Agua mäßig sowas in der Richtung? Viva Con Agua unterstützen wir schon seit, seit es Viva Con Agua gibt eigentlich. Als es nur noch Viva hieß. Schon seit da sind wir bei denen. Boah, der Bartick ist mein Liebling. Entschuldigung. Der Bartick ist mein Liebling. Entschuldigung. Okay, ich halte mich zurück. Ne, weiter zu. Wir sind Viva-Botschafter. Meckes war, äh, erzähl doch bitte du. Bitte du. Äh, ich war in Uganda mit Materia und, äh, und anderen Leuten von Viva Con Agua und hab mir da Trinkwasserprojekte angeschaut. Ich mach Benefizkonzerte schon seit, seit es die gibt, weil, äh, der Michael Fritz, einer von den Machern von Viva Con Agua ist, ein guter Freund mit dem hab ich früher Basketball gespielt und deswegen, ähm, schon von Anfang an. Und ich find das auch ne gute Sache und, äh, ich freu mich auch, dass ich das machen darf. Hast du auch Feinde, mit denen du früher Basketball gespielt hast? Also die Typen von der anderen Seite vom Basketball? Das waren eigentlich alles, alles. Also auf dem Platz waren alles Feinde. Oh. Äh, wir machen auch, ähm, insofern Viva Con Agua auf den Festivals ist, immer eine Ansage bei den Konzerten, dass die Leute bitte die Bercher spenden mögen, ähm, oder auf die Bühne werfen. Also wir versuchen schon irgendwie einen kleinen Teil zumindest dazu beizutragen, dass es ein bisschen besser wird. Wunderbar. Ähm, wir machen im Moment, äh, was das heißt Love Your Tent und zwar gehen wir da über die Zeltplätze mit einer Schablone, da ist das Festival-Logo drauf, von dem jeweiligen Festival, wo wir grad sind, und das Love Your Tent-Logo. Und wenn die Leute das möchten, sprühen wir dem das auf die Zelte, damit das Zelt quasi so eine Art Fotoalbum wird und es so ein bisschen an Wert gewinnt und die Leute es einfach wieder mit nach Hause nehmen, weil mittlerweile... Aber ist das Farbe, die die Umwelt schützt, die ihr das sprüht? Nein. Das ist, äh, Sprühlack. Oh Mann, jetzt hab ich wieder was gesagt. Ich sag nichts mehr. Ähm, gut, der Punkt ist aber, wir möchten, dass die Leute die Zelte mit nach Hause nehmen, weil inzwischen so ein Fünftel bis die Hälfte aller Zelte stehen bleibt. Und natürlich kommt dann jemand, der baut die ab, das kostet Geld, es ist eine riesige Müllproduktion einfach, das da am Ende übrig bleibt. Und was sagt ihr zu der ganzen Zeltproblematik? Habt ihr da was mit zu tun? Ich hör zum ersten Mal davon, aber ich kann mir natürlich vorstellen, da ist, äh, da das, glaub ich, fast kein Geld mehr kostet, so ein Zelt, was man auch nur so aufdingsen braucht und zusammenbauen will's keiner mehr. Also das kann ich mir schon vorstellen, ähm, da sollte man auf jeden Fall dagegen vorgehen. Sehr gut macht ihr das. Findet ihr, die Aktion ist eine gute Idee? Barty gehört das erste Mal davon, weil er geht nicht so gern unter die Normalsterblichen, deswegen hat er das noch nicht so oft gehört. Du gehst eigentlich das erste Mal vor dem Wort Zelt. Ich bin nicht so ein Menschenfreund. Das ist so mein Problem. Findet ihr, ähm, Festivals sind ein guter Ort, um so ernste Themen auch anzusprechen, oder findet ihr, da sollte man einfach nur... Eigentlich schon. Eigentlich schon, aber nicht mit uns. Aber es klappt halt auch nicht. Aber leider klappt's auch, glaub ich, nicht, weil auf Festivals sind halt die meisten, äh, es tut mir leid, aber ab 11 Uhr bedroht, also wirklich, fang an zu trinken. Und was willst du da mit denen über ernste politische oder Umwelt, ich weiß, die sind ja da, um das alles zu vergessen. Die wollen einfach drei Tage in der Sonne barfuß tanzen. Aber was versuchen die zu vergessen? Das ist so scheiße steht einfach, versuchen die zu vergessen. Ja. Das ist so scheiße steht um alles. Das versuchen die zu vergessen. Dann solltest du eigentlich den Dichtköpfen eigentlich, während sie besoffen sind, immer noch sagen, hey, ihr Mongos, Alter, nehmt euer scheiß Zelt mit. Was ist das? Weißt du? Oder? Deshalb sind die ja da, das ist doch gut. Also findet ihr, es ist gut, was wir machen oder es ist ne blöde Aktion? Nein, super. Es gibt so viele Baustellen, das ist immer so, man verzweifelt immer, wenn man sich so wirklich, wenn man irgendwas machen will, verzweifelt man daran, wie viel man eigentlich machen muss, damit es einigermaßen cool ist, oder? Ist das nicht so? Das ist voll krass, dass jetzt zum Beispiel ihr in diese Richtung geht und so ne Aktion macht. Das ist voll geil. Ich sag so. Weil's die Welt betrifft, nimmt die Zelte mit.